Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy, wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir einen neuen Auftrag, einen legendären Auftrag und zwar platziere ein Alien-Lichtgerät auf einem Berggipfel. Äh, Berggipfel. Zwei Stück, 30.000 XP, hier nochmal, einmal eingeblendet, einmal hier, einmal hier, einmal hier und einmal hier. Und ja, wir werden heute zwei besuchen und ja, ich würde einfach sagen, wir sind gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich, Leute. Leute, der erste Ort ist auf der Karte, der erste von zweiter Ort ist auf der Karte, ganz genau hier, auf diesem Berggipfel halt, ganz genau hier, da leuchtet dann so etwas Blaues und das sind die Alien-Lichtgeräte. Das ist das Alien-Lichtgerät, vielleicht ganz genau hier, ganz genau hier, und ja, einfach, ups, jetzt bin ich weiter, äh, weg. So sehen, äh, die Licht-Alien-Lichtgeräte aus, einmal interagieren, zack. Ihr habt es gesehen? Eine Sekunde, ich zeig. Und ja, egal, Leute, äh, ich würde sagen, äh, wir kommen direkt zu dem zweiten Ort, Leute. Bis gleich. Und Leute, wir sind jetzt schon bei dem zweiten Ort hingelaufen, äh, der war nicht so weit, also, ich zeig's euch mal, hier waren wir, ich bin da einfach nur so ein paar Meter gelaufen, bis zu dem Berggipfel, äh, ganz genau hier, bei diesem Berggipfel, markier's mal ganz kurz, auf der Karte ganz genau, hier, wir waren hier und jetzt sind wir hier, und ja, so sind wir raus, interagieren und zack, zwei von zwei, äh, zwei von zwei, ich hoffe, dass ihr da durchgeholfen, gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke, dass keine Videos mehr verpasst, und das war einfach so, das war's schon mit dem Video, und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss.